so leute da sind wir beim nächsten deck tag und eigentlich wollte ich euch hammertime zeigen aber dann kam hitters deck hammertime zeige euch beim nächsten mal dieses mal zeige ich euch monowide initiative das tier 1 deck aktuell worüber was in aller munde ist und alle sagen das ist broken das gehört gebannt und so ein quatsch und ja dementsprechend schauen wir uns das deck mal an und ich werde nachher im im talk ihr werdet es unten seht ihr die einzelnen timestamps so ein bisschen das intro dann mana basis und so weiter und so fort und da werde ich am ende auch ein deck talk machen da werde ich dann noch ein bisschen so meine meinung zu dem deck sagen wie ich das ja immer mache dementsprechend bleibt gespannt und gucken uns das deck mal an wir spielen das stompy deck ein stompy deck besitzt immer eine relativ gute mana basis an soul lands hier haben wir die city of traitors die tappt für zwei mana und wird geopfert wenn anders land ins spiel kommt bzw wenn anders land playen die andere karte die dazu gehört sind vier engine tooms engine tooms tappen für zwei mana für zwei schaden zu auch die kennt man dazu haben wir nicht vier drei carbon of souls damit ich die ganze sind und überlegen ob ich davon runter gehen will ich bin mir sicher wie gut diese karte ist und ob man hier nicht wastelands verspielen kann oder irgendwie eine mischung aus ebenen und wastelands oder zwei ebenen ein wasteland und so zwei petals noch egal ja kamen of souls wir sagen meistens cleric an ich zeige euch gleich warum ich habe schon gesagt wir spielen ebenen drei stück das ist eine ebene produziert weißes mana gucken uns weiter an was wir haben zwei karakas ein tappen für ein weißes legendary bouncen wir haben legendaries im deck deswegen ist es nicht so relevant und im zeit board ist auch eine sehr coole variante mit was machen kann aber hauptsächlich ist die dafür da um mainboard böse sachen wegzuhalten und es macht halt weißes mana wir können es leisten genau wie wir aiganjo seed of the empire uns leisten können seed of the empire können wir entweder tappen für ein weißes oder eben für drei mana channelen können angreifende und blockende kreatur vier schaden schießen das kostet ein meiner weniger für jede legendary wir kontrollieren also vielleicht kann es auch zwei oder sogar ein mana kosten dann haben wir noch vier von diesen flipkarten hier drin die flipkarten sind vier emirahs calls emirah calls ist ein sieben manner spell der sagt wir kreieren zwei vier vier engel mit fliegend und non angel kreaturen können kriegen unsere störbarkeit bis zum bis dann bis zum nächsten zug und der also non creatures non angels kreaturen die wir kontrollieren so ist richtig ist eigentlich irrelevant wir spielen den hauptsächlich für diese seite es ist halt ein land tappen für ein weißes wenn es endtap das spiel kommen soll macht es halt drei schaden ihr werdet gleich sehen warum das ist unsere mana basis die engel habe ich bisher einmal benutzt da war die ganz cool aber ansonsten eine einmal einmal ist schon ich glaube das ist schon mehr wie fast jeder andere dieses ding mal benutzt hat so viel zur mana basis gehen wir mal weiter aber auch wenn wir bei den artefakten sind bleiben wir erst mal bei mana ich habe schon gesagt die mir aus sind nicht ohne grund hier drin wir können mit denen nämlich auch chromoxen befeuern von chromoxen spielen wir vier stück chromoxe das null mana artefakt wenn ihr ins spielfeld kommen können wir eine nicht land nicht artefakt karte aus unserer hand exilen und dann macht das ding halt mana der farbe der karte die wir exilt haben emirahs call ist zwar ein land auf der rückseite aber auf der front nicht und wir exilen die front dementsprechend kann es damit weißes mana machen es gibt versionen das deck ist noch nicht gesettelt da gibt es ganz viele versionen von es gibt auch versionen mit dem land mox wo man dann halt den den land mox spielt also den mox diamond statt den chromox ich finde den chromox wesentlich geiler und ja beste dazu haben wir noch tatsächlich vier lotus petal ich würde lieber gerne einen weißen sie haben in spirit guide spielen oder spirit guide oder also mein namens vorschlag wäre angelic spirit guide aber den haben wir nicht deswegen spielen wir vier lotus petal tappen opfern mana bekommen wir brauchen halt noch eine mana quelle damit wir in der ersten runde save zwei bis drei mana zusammen bekommen zwei bis drei mana brauchen wir für die folgenden karten chelis of the void doppel x chelis kommt mit x landungsmarken ins spiel also meistens einem und immer wenn den spell casten oder redner spell castet mana kosten gleich der marken darauf wie der spell kontert wir haben glaube ich nichts für zwei drin außer eine kreatur und wir haben nichts gar nichts für eins im mainboard dementsprechend auf eins stört die meisten decks ist im legacy sehr sehr gut man sieht schon ich spiele chelis mainboard es gibt auch leute die spielen swords de ploshares mainboard ich spiele chelis mainboard und ja dann gucken wir weiter ich spiele drei verzauberungen die ich vorher noch nie gesehen habe in meinem leben also ich habe sie gesehen ich habe sie nur nicht wahrgenommen touch of the spirit realms drei mana enchantment wenn der spiel wird kommt exilen wir einen artefakt oder eine kreatur bis das ding das spiel verlässt also art von ob leben ring oder wir können das ding eben channel für ein weißes ein farbloses können wir den abwerfen und könnte kreatur oder ein artefakt kurz flickern also rausnehmen endestrucks wieder reinbringen das ist sehr sehr wichtig für unsere ente battlefield effekte damit können wir halt ente battlefield effekte halt vom feld entfernen können die spielen können die noch mal benutzen oder wir können halt auch so hass karten für uns wie topo op einfach mal rausnehmen ein paar etb smaschen und dann kommt im ende zu wieder rein aber das ist uns egal so das sind so die die ideen die man hier mit spielen kann plus eben einfach die gegnerischen token wegflickern und ähnliches gegenwart lage das sehr sehr mächtige karte als one of the wandering empire vier mana flash drei marken wenn ihr spielfeld kommen kann man direkt benutzen und wie sagt er plus 1 kreatur kriegt plus 1 plus 1 1 grauen und erst schlag nutze ich ganz selten minus 2 den dud nutze ich öfter oder wie exil eine angreifende kreatur auch hier einfach nur um noch einen planeswalker drin zu haben finde ich den ziemlich ziemlich gut es gibt leute spielen mittlerweile vier von diesen touches ich ich habe mein wandering empire sehr lieb geworden deswegen bleibe ich bei ihr und dann kommen wir zu den kreaturen bei den kreaturen starte ich natürlich mit den initiative kreaturen vier season of dungeon years season of dungeon 4 mana 3 4 wenn der spiel bekommt kriegen wir die initiative wer die initiative nicht kennt initiative bedeutet wir bekommen die initiative und gehen damit weil wir die initiative bekommen haben oder zumindest versorgen zumindest einen schritt weiter in der anders city und die anders city ist großartig können wir mal hier ganz kurz kurz reingucken das ist die anders city anders city lassen das spiel gewinnen das ist ziemlich gut und das ist die die initiative regeltext und immer wenn wir gehittet werden von einem gegner bekommt der die initiative und darf dann halt in der anders city weiterlaufen wenn wir dann hinten kriegen wir wieder die initiative zusätzlich hat er den punkt immer wenn der angreift wählen wir einen angreifenden warrior rogue cleric oder wizard aus der kriegt schutz vor kreaturen und der explort das heißt wir gucken die oberste karte unseres decks an wenn es ein land ist können wir sie auf die hand nehmen wenn es kein land ist kriegt die kreatur die explort eine plus eins eins marke und dann können wir uns entscheiden ob die karte in friedhof geht oder nicht super super schön in weiß gab es sowas halt sehr sehr selten und hier gerade mit dem schutz vor kreaturen sehr 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 gut und ja auch mit dem zweiten macht das noch mal einiges her denn wir spielen auch vier white plum adventurer gott ist der dunkel in voll drama 3 3 wenn der spiel bekommt nehmen wir die initiative und zu beginn von jedem gegnerischen abgieb enttappen wir eine kreatur es sei denn wir sind schon mal durch den kompletten dann gelaufen also die andere city dann enttappen wir alle kreaturen normalerweise ist wenn man während man durch die andere city läuft also einmal durchlaufen dann ist meistens rum und dementsprechend passiert das sehr sehr selten sehr sehr mächtige karte wird aktuell als mimimi die muss man bannen die ist viel zu schmerzen angesehen wie gesagt komme ich später dazu wir wollen natürlich nicht nur hier initiative und dungeons und so sondern wir wollen auch mehr multiplayer sachen haben palace jailer zwei stück wenn der spiel bekommt wenn du nach ich bin ich es ebenfalls und begegnet werden geben das ab und am ende des zuges wo man es sind von der karte ziehen und wenn der spiel bekommt exilte eine kreatur und der beherrscher bekommt ihr wieder wenn wir kein monarch mehr sind aber das passiert hat wir bleiben immer nach gefühlt dann vier solitudes solitudes hier einfach als removal spell fünf man drei zwei flash lifelink wenn der spiel kommt kommen die kreatur exilen und der beherrscher kriegt lebenspunkte wieder angriffsstärke und wir können weiße karte aus der hand exilen und die mal kosten halt stattdessen bezahlen auch hier am mirius call können wir dafür benutzen und viel wichtiger wir können damit auch wenn wir sowas hier haben touch of spirit realms dass da drauf channelen um den halt zu flickern was auch sehr 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 cool ist das ist unser removal was wir auch sogar durch chalice benutzen können was cool ist und dann kommen ein paar standard karten die mich echt verwundert haben aber echt auch gleichzeitig beeindruckt und zwar anointed peacekeeper drei manner drei drei wichtig auch hier der scleric der scleric der ersten warrior das ist nur eine inkarnation auf jeden fall drei manner drei drei wachsamkeit und wenn das spiel bekommt kann man ja das geht das ansehen dann können wir eine karte ansagen aktivierte fähigkeiten von dieser karte die wir angesagt haben kosten zwei manner mehr das ausspielen dieser karte kostet zwei manner mehr das ist ziemlich gut weil das verlangsamt den gegner wir können halt turn 1 können wir das dinge spielen können die hand des gegners sehen können sehen hey der hat zwei blüte deltas auf der hand wir sagen blüte delta an und das fätschen kostet zwei manner das kann game over sein und war schon game over sehr sehr mächtige karte nicht mächtig mächtig elite spellbinder drei manner drei eins fliegen wenn der spielwerk kommt exilen wir eine handkarte vom gegner also gucken auf die hand des gegners keine karte vom exilen und er kann sie spielen wenn er zwei manner bezahlt dafür kann er sehr aus dem exil spielen ist halt auch eine sehr nette karte auch hier cleric auch sehr gut 3 1 fliegen fliegen das auch hier relevant um wir uns den monarchen bzw den initiativer hier wieder zu holen und dann haben wir noch vier thalias ihr wisst ohne thalia ohne mich zwei manner 2 1 erschlag non creature spell kosten ein mana mehr wir haben ein bisschen was an non creature spell aber die sollten wir vorher gecastet haben ansonsten haben wir genug mana und andere decks von gegnern trifft es halt auf guard das war schon das komplette mainboard das ist nicht so viel aber gucken wir uns mal im sideboard haben wir zwei containment priest 2 2 flash non-talking creatures wie im spielwerk kommen würden die nicht gecastet wurden werden stattdessen exiled super schön mit der flicker karte gegen reanimator ganz gut gegen adder fuel index ganz gut und schlecht ist aber nicht schlecht contain priest hier eine sehr mächtige karte ich habe schon angekündigt karkastet neben deck halt auch gut nicht nur um thalia zu beschützen sondern auch für lauren of the third path drama 2 1 wachsamkeit wenn der spiel weg kommt zerstören mit artefakt oder verzauberung usa saga zum beispiel und das ding hat tappen und jeder spieler zieht eine karte das macht man sehr 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 selten es sei denn man spielt mit der version im mainboard die spirit of the labyrinth im mainboard spiel das mache ich nicht ansonsten kann man die dafür sogar noch cool nutzen dann spiele ich zwei archon of emiria im sideboard ich finde die karte zu gut um sie nicht mitzunehmen ich finde sie leider nicht gut genug um sie eben ins mainboard zu kloppen ist halt ein drei mana zwei dreier mit fliegend und spieler dürfen noch einen spell pro hunde spielen und non basic lines vom gettner entern tapp es ist so mächtig also wirklich ist es einfach nur mächtig gegen meiste sehr sehr viele decks gerade wenn ihr das turn 1 raus kloppt dann vier sports to plowshares und die judge promo hat mir auch nur ein halbes vermögen kostet ein basis mana wie extreme kreatur der gegner kriegt lebenspunkte höher der stärke ist halt trotz chalice im deck oftmals ganz gut manchmal tauscht man die auch eins zu eins einfach aus aber grundsätzlich sind sports einfach man geht nicht ohne sport zu plowshares aktuell aus dem haus dafür ist die karte einfach aktuell viel zu gut dann zwei elfen main sensor man den hässlich nach unten gepackt den schönen nach oben 21 flash fliegen wenn er im spielfeld liegt und der gegner sucht sein deck darf er nur die obersten vier karten ansuchen und heilige habe ich vergessen wie gut diese karte ist dir so gut ich habe es wirklich so hart vergessen weil diese karte alleine macht so viel ich habe glaube ich drei oder vier matches nur wegen dieser karte mittlerweile geworden wahnsinnig gute karte nicht zu unterschätzen gerade turn 1 auf dem flash oder so wirklich cool dann haben wir zwei fairy macabre können wir diskarten und können zwei karten aus dem friedhof remogen von dem friedhof ansonsten ist sie für nichts da ist halt sorgical würden wir lieber spielen aber das mit chalice ein bisschen problematisch und ich habe im sideboard halt echt keinen platz für ley lines weil wenn ich vier ley lines für swords de plowshares spiele habe ich halt naja nur noch sieben karten sideboard das ist zu wenig das ist viel 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 zu wenig dementsprechend habe ich mir dazu den einfach zwei fairy macabre zu spielen und als one of auch hier gravitate und so ein bisschen silence effect sehr sehr cool zwei mana instant wir exilen alle friedhöfe und spieler können nicht kreaturen zauber diese runde nicht mehr casten was gutes und danach exilen wir das wirklich sehr sehr mächtige karte aus brothers war die glaube ich aktuell noch nicht so viel am schirm haben und die wirklich wirklich gut ist und das war schon das mainboard von aktuell dem tier deck schlechthin dementsprechend gucken wir mal wie es weitergeht und gehen mal in den deck talk reden wir mal kurz über stack wir haben hier die beiden adventure karten und ich muss sagen ich finde die überhaupt nicht broken viele leute finden die ja wirklich zu stark und wirklich broken und ganz schlimm und die müssen gebannt werden adventure es geht gar nicht und sonst was wo ich sage es ist völlig falsch ich habe damit so vielen leuten schon gegen gespielt und so vielen decks ja die tier 1 meter decks kommen aktuell damit nicht klar und auch viele andere der meter decks kommen dagegen nicht klar aber zum beispiel goblins text ist ein ähnliches kommen da ziemlich easy wieder dran und ich muss einfach sagen ich finde das geheule schon wieder von den legacy leuten zum kotzen initiative ist stark ja aber initiative ist nur stark weil kein spieler damit klarkommt das ist dasselbe argument was ich damals bei uro gebracht habe ich mag uro nicht ich finde uro gehört gebannt aber uro ist nicht so stark es kommt nur keiner damit klar und das ist hier genauso initiative die beiden karten sind selber sind super chillig die initiative ist das problem die hat sehr sehr stark ist und wenn dann kommt steck nicht damit klarkommt dass ich die initiative reinrolle und danach nur noch sitze und dadurch laufen der redner stirbt daran dass ich nur noch durchlaufe sorry dann ist dein deck einfach nicht gut gegen dagegen dann hast du dagegen verloren grundsätzlich finde ich das einfach sehr sehr cool es macht sehr sehr viel spaß damit und auch dagegen zu spielen und ich finde das deck wirklich cool vor allem weil es halt zwei meine absoluten lieblingskarten beinhaltet mit talia und chalice of the void sind es zwei richtig gute karten chalice of the void generell so ein showstopper für so viele decks auf zwei gegen kombo decks auf eins gegen kombo decks wirklich nice und talia macht halt decks so langsam und ihr wisst ich mag das und deswegen muss ich auch sagen ich finde das deck auch geil es gibt ja auch viele varianten von dem deck also es gibt die stoneforge variante wo dann stoneforge mit ausrüstung und sonst was die halt ziemlich gut gegen delver und so weiter ist aber nicht so gut gegen control die version ist ein bisschen besser gegen control ein bisschen schlechter gegen delver dann gibt es die version mit dem landmox es gibt die rotweißen version es gibt ja auch noch so viele versionen davon das deck ist noch lange nicht am ende es gibt noch so viele ideen was damit passieren kann so viele richtungen wo es hingehen kann das ist der erste aufschlag wir erleben hier ein fusch neues deck was aus dem boden gestampft wird das ist erst der anfang und wir werden noch viel weiter mit diesem deck gehen wir werden uns noch richtig entwickeln mit dem deck es werden leute verstehen dass man das deck einfach sowas wie dress down oder so einfach rein nimmt steifeln etb träger steifel fertig oder auch topo und so weiter und so fort das sind karten wo ich sage die sind so gut dagegen und die sind auch gut gegen andere metadecks warum bordet man die nicht das ist ein klassisches ich will mich nicht verändern mein deck ist kacke dagegen ich verliere ich muss weinen nein wir sind erst am anfang es wird sich noch alles verändern und das ist großartig deswegen haben wir der dinge die da kommen ich mag das deck wirklich ist es endlich wieder ein kompetitives weißes nicht jorion shithaufen deck und das finde ich geil ich finde das deck großartig ich liebe es und ich sehe auch noch nicht dass das zu stark sein sollte ich wurde schon von decks platt gemacht ich habe decks platt gemacht es ist ein gut positioniertes neues blu deck und ja was soll es also ich finde es gut wenn ihr chance habt probiert es mal aus spielt es mal ich finde super und ich liebe es und ich werde es auch demnächst ein bisschen spielen und ja ansonsten hoffe ich ihr hat spaß wenn ja könnt ihr mal eure meinung zu dem deck unten runter posten mich würde es sehr interessieren und ansonsten sehen wir uns beim nächstes mal bis dahin ablexit ciao